servus an alle weil ein kurzes video war heute mal beim lorenz firma lorenz gerüstbau beim serge lorenz hat ein bisschen ausgeholfen haben ein bisschen hier fertig gemacht baustelle ein bisschen gearbeitet heute fertig gemacht und eine abgebaut oder halt nur auch werbung weil ihr sagt immer ich vergesse immer die videos zu drehen arbeitszeit ist vorbei also chef ich drehe nicht während der arbeitszeit meine videos ich drehe die videos nach der arbeitszeit und daher war schöne baustelle haben die jungs heute gut gemacht generell eine gute baustelle zeige ich euch von der anderen der seite schöne baustelle und all der andere gebe ach ja und an alle die mich abonniert haben oder alle die die videos gucken vergisst bitte nicht die likes dazu lassen und kommentar ihr könnt auch gerne dislike da lassen wenn es einem nicht gefällt bin halt kein geborener youtuber nehmen also deshalb so auf wie das also ist und da läuft auch mein arbeitskollege hat auch feierabend mach mal albanischen adler die jungs haben halt ein bisschen spaß bei der arbeit mussten halten das zweite mal hierher mir haben die gelände drei meter nicht gereicht nach dem abbau noch mal kurz rein gefahren ich wünsche euch allen schön schönes wochenende ich lade das video heute abend noch hoch ciao ciao